Die Götter mögen mir vergeben Wen haben wir hier noch so? Ihr seid nur Dörfler Hier hätten wir nur Zeug zum Klauen Oh, hier ist Rowena Kann ich etwas für dich tun? Ich muss zwar für Helfrich aufräumen, aber ich helfe gerne, wie ich kann Nein, sie hat nichts zu sagen Und hier in der Absteige lebt auch gerade niemand Aber hier gibt es Obst Dann werden wir hier jetzt erstmal rasten Ich hätte gerne ein Zimmer Ja Gewandtheit, Macht und Verfassung Das hätte aber alles nur eine Rast Was ich interessant finde So Die haben hier aber echt eine schöne riesige Feuerstelle Und einen Haufen Essen dran Was brät Sieht aber halt aus Alles noch Fisch aus So Dann gehen wir mal hier rein Also erstmal einmal drum herum Aber nichts Besonderes Gucken wir mal, wie es Renny gilt geht Oder Renny gilt Rennen gilt Ich bin hier Oh, ihr Sohn ist gar nicht da Wenn das nicht die Heldin der weißen Esse ist Renny gilt nickt dir zum Gruß zu Sie sieht entspannter aus, als du sie je zuvor gesehen hast Kommst du, um noch einmal nach deinem Erfolg zu sehen Oder willst du mich nur zum Ruhestand beglückt wünschen? Warum hast du dich zur Ruhe gesetzt? Sie merkt sich Ich habe für dieses Leben genug von Politik und Stadtstreitereien Als Tavos mir erzählte, dass er die Minen satt hat Habe ich ihn gefragt, ob er bereit wäre, sich die Hände wirklich schmutzig zu machen Die Lächel Fast tut er mir leid Dann leid mal wohl Okay Yes Okay Sie hat sich also zur Ruhe gesetzt, aber ihr Sohn ist nicht zu Hause Oh, hier ist auch was drin Ach, Rastvorräte, auch gut Also an Rastvorräten mangelt uns das ehrlich gesagt nie Es gibt jede Menge zu tun Sie reizt einfach die Hände zusammen Ja Gut, sie hat nichts Neues Okay Gut, sie hat nichts Neues Dann gehen wir weiter. Hier sind definitiv zwei Zelte jetzt aufgestellt worden. Was mache ich nur damit? Und der hat Hadi und Elvina wurden ermordet. Ich dachte, wir hätten die meisten Räuber verjagt. Na, das waren leider keine Räuber. Wer bist du und was hast du für ein Problem? Eine gut gebaute Zwergin steht vor dir. Eine Hand auf den Kopf gelegt, in der anderen eine Stapel Papiere. Drei Beschwerden über Fäulen in der Weißsteinsenkung. Wer sind diese Leute? Magrans Anhänger. Na, klasse. Wieder so eine Bande von religiösen Fanatikern. Sie schießen einfach aus dem Schnee hervor. Sie blickt zu dir auf. Oh, tut mir leid, Talisa. Ich bin ein wenig beschäftigt. Sie kennt mich. Mit den Oga ist es zwar etwas ruhiger geworden, aber es gibt eine Menge neuen Ärger oder Arbeit, was jemand Interesse hätte. Nur so nebenbei. Was ist denn was vom Fäulen erwähnt? Der schreckende Weißsteinsenke. Eine große Fäule, die nach der Lawine aufgetaucht ist. Das war eine wahre Katastrophe. Ein gewaltiger Schneehaufen, mitten auf einer unserer wichtigsten Handelsrouten. Wir können nicht anfangen, die Straßen zu reparieren, solange die Fäule ihr Unwesen treibt. Ich kann dich schlecht bitten, mir ihren Kopf zu bringen, aber angeblich war das letzte Opfer des Streckens ein Karawanenmeister. Der Kerl hat ihm eine bestimmte Brosche getragen. Die muss irgendwo im Bauch dieses Monsters liegen. Bring mir die Brosche, dann werte ich das als Beweis, dass du die Fäule erledigt hast. Einverstanden? Wer sind Magras Anhänger? Hat dich nur ein Pferdeliebe, wenn du mich fragst. Die Anführerin ist eine Frau namens Rodviv. Das Problem ist, dass ihre kleine Gruppe immer größer wird. Sie haben sogar schon einige kleinere Dörfer geplündert. Sie wurden zuletzt bei den Feuerfängen gesehen und sind angeblich unterwegs in Richtung Storward. In unsere Richtung. Storward ist gerade erst am Aufblühen. Wir können so einen Ärger nicht gebrauchen. Bring mir Wurte ins Korb. Wer soll sich für dich lohnen? Schrecken der Weißsteinsenke. Ja, wo die ist, wissen wir. Kopfgeld mag als Anhänger. Feuerfälle, die sind doch außerhalb. Also die Feuerfälle sind hier. Das sind zwei neue Kopfgelder. Ah ja, Nestor will sich vor der Fischerei in Storward-Module treffen. Sie hat gesagt, dass der Betrieb der Fischerei ein Hindernis für die Wohlstand von Storwards dastehen könnte. Eine Bande von Räubern, die sich selbst Magans Anhänger nennt, überfällt kleine Dörfer in ganz Dürrwald. Nachdem Storward plötzlich zu neuem Reuchtum gekommen ist, befürchtet das Dorf, dass es das nächste Ziel sein könnte. Magans Anhänger sind auf dem Weg nach Norden und wurden zuletzt bei den Feuerfängen gesehen. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Redwilf. Schrecken der Weissteinsenke. Bei einer Levine sind vor Kursen auf der Straße in der Weissteinsenke Dutzende von Reisenden und Tändeln ums Leben gekommen. Ihre Seen haben eine Fäule gebildet, die jetzt die Gegend heimsucht. Askar glaubt, dass die einzigartige Brosche des Karawanenmeisters in der Fäule eingefroren ist. Wenn ich die Kreatur getündet habe, kann ich die Brosche als Beweis an mich nehmen und meine Belohnung fordern. Du verkaufst Fisch? Sei gegrüßt. Okay. Oh, das ist ein Schmied oder ein Warenhaus, besser gesagt. Hm. Also gucken wir, was er Schönes hat. Also ein neuer Händler hier. Kann ich dich für eine neue Klingel begeistern? Dörfler. 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 Klauen. Klauen. Und Sachen zum Ansehen. In diesem Schilden siehst du das eigene Spiegelbild. Das scheint Storwort zu sein, von der Straße zum Dürrwald aus gesehen. Auf den untersten Regalbrettern stehen billige Parfüms aufgereiht. Die identischen Figuren Arbidons sind alle von der selben schlechten Qualität. Die Kleidung des Lernbesitzers wirkt etwas besser, als das, was du sonst in Storwort siehst. Wenn auch nicht, soll er nicht warm. Seine Haare sind makellos frisiert und seine rosigen Wangen sehen aus, als wären sie kaum je von den Bergwinden gestreift worden. Willkommen, willkommen. Ich habe Waffen und Rüstung in bester Qualität. Oder bist du vielleicht an Tränken interessiert? Es ist jedenfalls immer schön, hier draußen respektabler Gesellschaft zu begegnen. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Zwillingsstich. Seelengebundene Armbrust. Die würde ich nehmen. Waffen, Waffen. Ja, außergewöhnlich ein großer Schild. Der farbige Umhang ist eine schwere Rüstung. Aber jetzt auch nichts, was ich gerne hätte gerade. Siegel des Glaubens. Also ja, das Siegel des Glaubens. Das ist die Armbrust. Hätte ich auch gerne. Dann, was haben wir noch? Hirschgeweihelm habe ich, glaube ich, schon einen. Ah ja, den Zaubererring hätte ich auch noch gerne. Plus drei Entschlossenheit. Nehmen wir das Ding auch. Umgang des Schutzes kenne ich. Athletik, Verteidigung während Betäubt, während Niedergestreckt. Konzentration, Heilungsbonus. Minus Dauer von Betäubt und Niedergestreckt. Stiefel des Ausweichens. Ah, komm, der ist günstig. Den nehmen wir noch. Den nicht unbedingt. Fleisch und irgendwelches Xif. Edelsteine. Also Zutaten, die nehme ich immer gerne. Aber wenn wir teilweise schon viel davon haben. Oh, er hat viele Zutaten. Ja, ich hätte gerne alles an Zutaten, was du so hast. Also bis zu den Goldrot Prim, weil Drogen brauchen wir keine. So. Handeln erstmal. Dann können wir ja von unserem Zeug auch wieder was reinwerfen. Ich sehe gerade mal drei Seiten. Und trotzdem ist das so langsam, ey. Okay. So, wir haben einen gelben Bogen. Also wir können eigentlich auch die Donnerbüchse verkaufen. Wir haben hier eine außergewöhnliche, also die gelbe Donnerbüchse. Und ja, da wir einen außergewöhnlichen mittleren Schild haben, können die Guten weg. Und ja, da wir einen außergewöhnlichen mittleren Schild haben, können die Guten weg. Ähm, außergewöhnliche Pieke behalten wir mal weit. Gute Pistole kann weg, weil Pistolen haben wir jede Menge. Gutes Schwert kann weg. Eigentlich alles, was gut ist, kann weg. Mittlerweile geht's mit dem Verkaufen. Gute Streitexte können weg. Guter Streitkolben. Gibt's hinten noch was. Guter Zauberstab. Das war's eigentlich. Guck mal, hier geht das Zeug ziemlich schnell weg. So, alles was gut ist, haben wir gesagt, können wir wegtun. Guter Gamberson, gute Lederrüstung. Naja, die Wölskleidung kann auch weg. Guterl babae. Guter告. Guter接 calidad.